Hallo zusammen, I Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Verstärkung abschneiden, anzunehmen bei Vorposten Kommandant Königstein auf der Höhenfeuerhalbinsel, an dieser Position. Hier unter dem Eck sieht man zu jeder Zeit die Koordinaten, wo sich mein Charakter befindet. Vorquest war Expeditionsposten. Nehme hier die Quest an und zeige euch, was man bei dieser Quest machen muss. Wie ihr seht hat man auch ein Quest Item mitbekommen. Sollte es bei euch nicht hiermit angeheftet sein, schaut ins Inventor. Ihr könnt es auch von da aus benutzen. Aber, das steht schon beim Quest Item dabei, man benötigt 4 dämonische Runen. Die bekommt man von den Gegnern in diesem Gebiet, auch wenn es nicht im Tooltip hier dabei steht. Trotzdem bekommt man von diesen Mobs diese benötigten dämonischen Runen. Da habe ich auch schon eine. Nehme die Quest auf, auf dem Stand Page 9.0.5. Sollte aber normalerweise auch für BC Classic funktionieren. 2. Falls irgendwas anders ist, bitte in die Kommentare. Eventuell hilft dir damit anderen Spieler. 2. Und hoffentlich bekomme ich jetzt eine 4. Runen. Genau davon habe ich 4. Und sobald man 4 hat, ja ok jetzt ist was geändert. Und kann ich auch töten. Man kann nämlich mehr als 4 sammeln. Jetzt habe ich 5, aber ist egal. Ihr benötigt 4 Runen, um dann hier dieses Teil zu zerstören. Einfach Rechtsklick benutzen, wenn ihr ein Zahnrädchen habt. Und eins abgehakt. Beim nächsten Portal werde ich versuchen, das Quest Item zu benutzen, anstatt das Zahnrädchen. Mal schauen, ob das auch geht. Aber gut, jetzt kann ich mich schon in diese Richtung bewegen. Denn ich habe ja schon so eine Rune. Genau. Jetzt habe ich 2. Da vorne kämpft noch jemand. Vielleicht kann ich noch mit draufhauen. Sehr gut. Kein Stein. Nicht so wichtig. Oh, das ist eine Elite. Wieso kommen da raus? Das ist neu. Ein Stein. 2 Stück habe ich. Heißt also, ich benötige noch 2. Also jetzt noch einen. Hoppala. Das ist ein Service. Neben mir gespawnt. Ja, super. So und jetzt benutze ich mal das Quest Item. Okay, aus dem Inventor. Geht nicht. Ne. Ich muss anscheinend das Portal benutzen. Das Quest Item ist anscheinend einfach so da, damit man es dabei hat. Damit es logisch klingt. Man hat ein Quest Item dabei, um das Portal zu nutzen. Aber man kann es nicht nutzen. Yeah. Okay. Vielleicht rede ich auch totaler Schwachsinn und ich habe mich doof angestellt. Auf jeden Fall ist die Quest fertig, indem ich diese Portale benutzt habe mit der rechten Maustaste. Was ist abzugeben bei Vorpostenkommandant Königstein? Auf der Höllenfeuerhalbinsel an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniert-Knopf ein. Oder aber ihr benutzt mich, ihr benutzt mich genau. Ihr besucht mich auf meiner Twitch-Seite. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Da bin ich nämlich auch öfter unterwegs. Heizocke. Ende.